Unser neuer GK Ready, ein wasserarmer Dispersionsklebstoff, geeignet für alle Untergründe, für Neuputze, zum Verkleben von schweren Tapeten oder überstreichbaren Tapeten. Christian, wie kriegen wir das an die Wand? Das ist das Schöne, mit allen Applikationsverfahren und deshalb fangen wir genau mit dem Kleistergerät an. Wie bei der Pulverware, die Auftragsstärke am Kleistergerät auf 1,5 Stellen. Das Ansatzverhältnis 1 zu 10 des GK Ready ist werkseitig eingestellt, daher ist eine gleichbleibende Qualität gesichert. So, ihr habt gesehen, das geht einwandfrei mit dem Tapeziergerät und Stefan hat euch was vorbereitet, sprich er geht an die Wand mit Airless. Mit einem geeigneten Airlessgerät und einer 0,19er bis 0,21er Düse im Winkel von ca. 50 Grad und einem Druck zwischen 180 bis 200 Bar ist unser GK Ready sehr gut zu verarbeiten. Anschließend die aufgelegte Kleisterflotte mit einer kurzflurigen Rolle nachrollen. Ja, Christian, du siehst, unser GK Ready, der lässt sich super durch das Kleistergerät ziehen, er lässt sich perfekt mit der Airlesspritze auftragen. Was haben wir noch für Auftragsarten? Natürlich fehlt die Rolle noch an der Wand, Stefan, also zeig es uns. Mit einer kurzflurigen Kleisterrolle ist im Kreuzgang ein gleichmäßiger Kleisterauftrag garantiert. Christian, komm doch noch mal kurz rein. Ja, super, eine richtig tolle Verteilung für schwere Wandbelege, wie man hier sieht. Also. Unser GK Ready, ein Top-Produkt. Tip Top